Sechs wichtige Änderungen im September 2023, die auch Rentner betreffen können. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBestalt24.de. Das Monatsende August 2023 naht ja mit ganz großen Schritten und wie immer geht es auch um die Frage, was ändert sich im September 2023, wenn es um gesetzliche Neuerungen geht oder Fristen einzuhalten sind oder einfach nur interessante, wichtige Änderungen, die auch einen Bezug zur Rente oder für Sie als Rentner haben können. Fangen wir einfach mal mit der ersten Änderung an. Ich habe es schon mal ein bisschen plakativ aufgebaut für Sie hier und Sie schauen uns das einfach mal schon an, meine Damen und Herren. Also steigen wir einfach mal ganz knallhart hier ein und zwar geht es um die Steuererklärungsfrist für das Jahr 2022. 2022, das Fristende 30.09.2023 oder doch vielleicht etwas später. Jedes Jahr plagen sich ja viele Rentnerinnen und Rentner mit der Steuererklärung. Für die verpflichtende Einkommensteuererklärung gilt praktisch das Fristende, Abgabe der Steuererklärung der 30.09.2023. Da aber genau dieser Tag auf einen Samstag fällt, ist der letzte Abgabetag nicht der 30.09.2023, sondern der 2.10.2023. Wer aber einen Steuerberater hat, jetzt können Sie aufatmen, kann sich noch ein bisschen Zeit lassen. Die Steuererklärung 2022 wird dann erst am 31.09.2024 fällig. Ja, gehen wir in die zweite Änderung rein. Härtefallfonds für Rentner. Die Steuererklärung muss bis zum 30.09.2023 beantragt werden. Das ist das absolute Fristende. Dieser Fonds, dieser Härtefallfonds ist ein reiner Ausnahmefonds für bestimmte Rentnerinnen und Rentner, die wegen Systemunrecht, Umstellung DDR-Rente in Bundesrecht Nachteile erlitten haben. Diese Personen haben die Möglichkeit bis zum 30.09.2023 beim Härtefallfonds, das ist eine Stiftung, einen Antrag auf Auszahlung bis maximal 5.000 Euro zu stellen. 5.000 Euro deshalb, wenn zum Beispiel das betreffende Bundesland, in dem der Versicherte oder Betroffene lebt, sich auch am Fonds beteiligt, kann es nochmal einen Aufschlag bis insgesamt 5.000 Euro geben. 5.000 Euro, anspruchsberechtigt ist ein Personenkreis, die eine gesetzliche Rente knapp der Grundsicherungsgrenze erreicht haben. Der Fonds richtet sich auch an jüdische Kontingentflüchtlinge und Spätauslieger. Erfolg des Antrags kann ich Ihnen jetzt schon gleich sagen, sehr ungewiss. Der Antrag ist zu stellen an die Postanschrift Geschäftsstelle der Stiftung Härtefallfonds 44781 Bochum. E-Mail-Adresse gst-at-stiftung-härtefallfonds, also Fonds mit ds geschrieben, .de, Härtefall mit ae geschrieben. Also nochmal E-Mail-Adresse gst-at-stiftung-härtefallfonds, .de. Dritte Änderung. Rente im Beginn, Altersrente am 1.09.2023. Meine Damen und Herren, das ist jetzt auch mal ganz interessant. Alle Rentnerinnen und Rentner, die am 1.09.2023 das 63. Lebensjahr erstmals vollendet haben oder einen Tag davor, können eine Altersrente für langjährig Versicherte beantragen, dann aber mit Abschlag. Das ist die Altersrente, wo Sie nur in Anführungsstrichen 35 Jahre Wartezeit nachweisen müssen. Alle diejenigen, die am 1.10.1957 geboren sind, können am 1.09.2023 erstmals, wenn Sie nicht schon vorher eine andere Altersrente beantragt haben, die Regelaltersrente beantragen. 1.09.2023. Wer am 1.10.1959 geboren wurde, kann zum 1.09.2023 erstmals die Altersrente für besonders langjährig Versicherte beantragen. Das ist die Altersrente mit den 45 Jahren Wartezeit. Diese Altersrente ist immer an diesem Tag regulärer Beginn ohne Abschlag. Und last but not least, wer am 1.07.1959 geboren ist, einen Grad der Behinderung von 50 und 35 Jahre Wartezeit nachweisen kann, kann regulär ohne Abschlag am 1.09.2023 die Altersrente für schwerbehinderte Menschen in Anspruch nehmen oder beantragen. Also frühestmöglich war diese Rente mit einem Abschlag von 10,8% schon zum 1.09.2020 möglich, also drei Jahre vorher. Aber wie Sie wissen, ohne Antrag keine Rente. Dies ist klar. Und allen meinen genannten Varianten ist es gemeinsam, dass der Rentenantrag rückwirkend zum 1.09.2023 bis Ende November 2023 noch gestellt werden kann. Also bitte den 30.11.2023 nicht vergessen. Vierte Änderung, die auch ganz interessant ist, aber das ist schon fast ein Klassiker. Zahlung der gesetzlichen Rente für den Monat September 2023. Die Zahlung der gesetzlichen Rente erfolgt für alle diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die ihre Rente nachschüssig erhalten. Am 29.09.2023, der 29.09.2023 ist ein Freitag, weil und dieser Freitag ist der letzte gesetzliche Bankarbeitstag im Monat September 2023. Das heißt also, die Rente wird nicht am 30.09.2023 ausgezahlt oder dann den nachfolgenden Montag. Ich glaube, das ist der 2.10., sondern grundsätzlich der 29.09.2023 ist der letzte Bankarbeitstag für alle nachschüssigen Rentenempfänger. Ja, meine Damen und Herren, die fünfte Geschichte, also die fünfte Änderung. Beginn der Zahlung der Inflationsprämie für Pensionäre, aber nicht für gesetzliche Rentner. Großer Aufreger, pensionierte Bundesbeamte erhalten auch die Inflationsausgleichsprämie. Nicht in Höhe bis 3.000, also nicht 3.000 Euro, sondern deutlich drunter, aber immerhin. Gesetzliche Rentner erhalten aktuell diese Prämie nicht. Die erste Teilauszahlung der Prämie soll laut dem Sprecher des Bundesinnenministeriums im September, spätestens aber im Oktober 2023 erfolgen. Und zum Schluss finde ich eine ganz coole Sache, auch eine tolle Änderung, vor allen Dingen für diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die sich zukünftig ab September ein neues Auto kaufen wollen. Die Kfz-Zulassung wird digital. Bisher war es ja immer erforderlich, dass Personen, die ihr Auto zulassen wollen, persönlich zum Amt gehen. Sehr hinderlich, man kriegt kaum Termine und wenn man einen Termin haben will, muss man Wochen, wenn nicht sogar Monate warten. Ab September 2023 entfällt dieser Schritt, da die Kfz-Zulassungsverordnung den Zulassungsprozess vollständig digitalisiert. Das bringt uns allen den Vorteil, dass ein Fahrzeug unmittelbar nach der digitalen Zulassung in Betrieb genommen werden kann, ohne auf den Erhalt der physischen Fahrzeugpapiere und Plakette warten zu müssen. Also das finde ich ist wirklich ein extrem guter Vorteil. Man kann bis zu zehn Tage ohne diese Dokumente unterwegs sein. Der digitale Zulassungsbescheid dient dann als Nachweis für die vorläufige Zulassung. Ich finde eine echte, wirklich richtig gute, entbürokratisierende Erleichterung. Die Kosten für diesen digitalen Vorgang sollen voraussichtlich niedriger sein als die herkömmliche Zulassung vor Ort. Da bin ich ja mal gespannt, ob bei uns in der Stadt Halle, also bei uns in der Stadt Halle Saale, dann tatsächlich die Gebühren niedriger sein sollen als bisher. Das wäre ja mal auch ein echtes Ding, wenn bei uns in Halle die Gebühren niedriger wären für öffentlich-rechtliche Maßnahmen. Und last but not least, Sie wissen es, ich bringe immer ein Sportereignis noch mit rein. Es geht um die La Vuelta España. Das ist das letzte große Radsportereignis nach dem Giro der Tour de France und den Radsport-Weltmeisterschaften. Alle Radsportfans, wahrscheinlich ich auch, sitzen am Empfangsbolzen. Ungangssprachlich der Begriff für den Fernseher. Die Radsportherzen schlagen deutlich höher. Beginn der Vuelta ist der 26.08.2023, Ende 17.09.2023. Ich vermute, dass also die Favoriten in einem sehr, sehr kleinen Kreis der absoluten Spitzenleute zu finden sind, die die Vuelta gewinnen können. Ja, meine Damen und Herren, das soll es schon wieder gewesen sein mit den sechs wichtigen Änderungen für den Monat September 2023. Nähere Infos wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine reineinbarung.